Das Blitzeis hat Berlin fest im Griff. Menschen schlittern durch die Straßen und müssen sich verzweifelt an Laternen und Straßenschildern festhalten. Der Einkaufsbummel wird da leicht zum Eiskunstlauf. Pioretten und Spagat inklusive. Noch nicht jeder kommt glimpflich davon. Fußgänger und Radfahrer stürzen auf spiegelglatten Boden und auch viele Autos stoßen zusammen. Die Feuerwehr rief für den Berliner Rettungsdienst sogar den Ausnahmezustand aus. Und auch die Streudienste haben alle Hände voll zu tun.